Hallo und herzlich Willkommen bei YouTube auf meinem Kanal SvenkaLiske. Heute habe ich wieder ein neues Experiment für euch vorbereitet. Einen Minikugelhop ganz aufessen in nur 3 Minuten. Also ich mache es euch vor. Viel Spaß. ... ... ... ... Ja, das war's. Er zeigt den Kuchen an, Mann. Ist das gut? Ist gut, ja? Ist das gut? 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 Ist das gut?